Hallo liebe Löwen, Herzlich Willkommen im S&P-Dome in Heidelberg-Kirchheim an der Speyerstraße. Seit 2018 wird hier gebaut. 2018 im September erfolgt hier der Spatenstich. Ihnen, wie ihr seht, ist bereits alles fertig. Am Vorplatz wird noch ein bisschen gebaut, aber wir sind sehr froh hier zu sein und ich freue mich jetzt euch alles hier drin zu zeigen. Auf Wiedersehen! 27 zu 27 und damit sind wir im Viertelfinale. Ja, tolle neue Erfahrung, super Halle, ist alles ganz hell und freundlich gehalten. Es hat riesig Spaß gemacht hier zu spielen und es ist natürlich auch ein gutes Drogen, wenn wir direkt erfolgreich hier in die Halle starten konnten.